Und da sind wir auch wieder mit einem neuen Let's Play Minecraft PE, und zwar mit 260, no way, 260, keine Kommentare, Folge, äh, Kommentar-Vorlese-Folge oder irgendwie sowas hatte ich ja, oder beantworten-Folge oder keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, ich beantworte nicht eure Kommentare vom letzten Video, hatte ich ja schon mal gesagt, äh, im letzten Video. Ja, und jetzt hab ich grad kein Thema, also ich nehm jetzt grad gleich, äh, im Anschluss auf, äh, die andere Folge auf, auf die 259. Und, 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 ja, was soll man sagen? In der letzten Folge haben wir über Megaprojekt geredet. Alles traurig, nein. Also, äh, keine Ahnung, ich hab jetzt grad kein Thema, deswegen, deswegen, ich könnte jetzt nochmal über Megaprojekt reden, weil ich ja grad doch so drin bin, weil ich ja grad erst, äh, aufgenommen hab, also, die Folge ja grad eben erst aufgenommen hatte. Aber will ich, äh, jetzt ja nicht machen, weil ihr das alles ja grad schon mal gehört habt und ich euch damit nicht stören will. Ähm, ja, okay, äh, wie machen wir das hier? Ich hab mir jetzt nämlich irgendwie so überlegt, hier halt so einen kleinen Garten zu machen, was jetzt ja auch schon so weit so gut aussieht. Ähm, wo ist der Mond? Okay, da wird eh bald wieder Tag oder wir können auch eigentlich schlafen gehen, weil ich bräuchte jetzt langsam mal ein bisschen mehr Licht, wenn ich hier bauen will. Also, das wird sonst ein bisschen schwierig. Also, es geht, aber es ist halt ein bisschen komisch. Aber was ich cool finde, dass man den Platz dort, kann man eigentlich mit, also, wo das Haus jetzt steht, kann man eigentlich mit, ähm, allem verbinden, also mit allen, mit allen, mit allen, mit allen, allen Orten, also, äh, äh, uh, knapp. Ja, ähm, ja, kann man also schön verzweigen irgendwie, das ist cool. Also, mir gefällt der Ort dort und, achso, hier, das Haus müssen wir auch nochmal irgendwann ausbessern hören. So, komm, wir schlafen heute mal, äh, in der Kaserne und Funktion. So, hier, ein Zimmer, ja, ja, okay, okay, gut, ich geh schon mal hoch. Ich nehm das hier, okay, ja, gut. So, legen wir uns schlafen. Dum, dum. So, oh, das muss ich wirklich spielen. Guten Morgen, äh, Herr Wirt, ich hab mir jetzt immer ein, Geld gibt's später, ich hab ne Axt, der so kommt, tschüss. So, achso, wir haben ganz, ganz vergessen. Und zwar haben wir vergessen, hier ist nix dran, äh, Frühstück zu essen. Einmal Bauernfrühstück, bitte. Nom, 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 nom. Ich hab grad nix zu essen dabei, das ist doof, sehr doof. Okay, nom, 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 so, haben gegessen, ja, nein. Ähm, 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 achso, da oben hatten wir das jetzt überhaupt schon mal irgendwie gemacht. Und, und, hier wollte ich auch noch gucken, äh, wie das mit dem Gras ist. Wächst denn das Gras auch schön? Ja, die, ja, ja, okay, es geht. Es geht, wir arbeiten jetzt relativ weit weg eigentlich, deswegen sind hier auch nur sechs Eier, also nur an Anfangswächen. Und, so, wir können die gleich mal hier drin spawnen lassen eigentlich. Also wenn hier was spawnt, ja, ein Oh. Das können wir eigentlich jetzt mal, äh, immer machen und dann locken wir die halt da hoch, also sie gehen ja von alleine zu ihren Artgenossen. Können wir locken was? Nein, gut. Ähm, okay, 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 okay. Dann, dann werden wir mal weiterarbeiten. Und, wie schon gesagt, ich hab jetzt leider grad kein Thema, aber so kann ich mich dann mehr auf Spawn konzentrieren, das ist eigentlich auch ganz gut. Gut. Äh, Kies, Kies haben wir auch keinen und, ähm, Spawn 2. Äh, das können wir nochmal kurz, schnell, schnell kurz machen. Ähm, hm, 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 hm. Wo haben wir's? da ist er und da und da und da so, okay, der Kies fehlt jetzt noch aber das ist ja auch egal okay, 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 okay unsere Farm kann geerntet werden, oder? nein, nicht ganz die Zuckerrohr-Farm kann fast geerntet werden, zumindest die zwei die anderen nicht die Melon-Farm auch kommen wir mehr an, jetzt einfach mal Melonen jolo so, obwohl das war ja gar nicht so viel mehr oder? ich weiß es nicht ah, das dauert zu lange ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem Schwert geht es besser und bei Minecraft Vicky steht ja auch dass es mit dem Schwert besser geht aber manche hatten dann ja in die Kommentare geschrieben dass es auch nicht so viel besser geht also ich finde irgendwie, es geht besser, deswegen mache ich das einfach mal mit dem Schwert sorry an die, die das jetzt so finden und die das nicht mit dem Schwert machen würden ah, jetzt habe ich keine Hacke oh, da ist eine Crafting Table Post ja, genau, er ist da einer Kamera, man, einem ja, Ao, offert noch alles gést バス, sekle Moods, sekle Moods, sekle Moods- submitted, 발�plas, sekle Moods, sekle Moods- shots gourd, sekle Moods- Hier muss nichts mehr angeplatzt werden. Haben wir Knochenmehl, 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 Knochenmehl zum Ersten, zum Zweiten? Nein, haben wir nicht. Okay. So, wir können jetzt erstmal hier kurz die Frau mal ernten, ernten, ernten und dann können wir weitermachen. Dam, 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 lol. Da wächst einfach mal so eine Melone in mir drin. Richtig geil. So, aber ich muss wirklich sagen, die wachsen ziemlich schnell. Ich kann wetten, wenn wir dann zurückgehen, ist mindestens eigentlich schon wieder hinter uns gewachsen. Wetten wir? Und was wetten wir? Nein, ähm, ähm, ja, ich hab grad kein Thema, das ist ein bisschen doof. Ähm, was können wir mal reden? Oh, ich bin müde. Nur weil wir vorhin ausgeschlafen haben. Nur deswegen. Ähm. Hm, 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 hm. Guck, 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 da ist eine Ballone gewachsen. Ja, ich wusste es, ich wusste es auch, nein. Mann. Mann. Das ist kaputt gemacht, ey. So. Ich wusste es, da ist eine Melone gewachsen. Kann man auch gleich... Ah, ja, lol, da wachsen erstmal noch zwei. Richtig geil eigentlich. Aber so viel zu essen braucht... Ja, da wächst noch eine. Das macht ihr jetzt mit Absicht Melonen, stimmt's? Wachse, Melone. Okay, klappen könnt. Wachse. Wachse. Wachse, wachse, wachse. Hm. Manchmal klappt's. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann wächst eine. Ah. 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 Okay, nein. Schade. Sehr, sehr schade, muss ich schon sagen. Ich freue mich eigentlich mal, wenn es dann mal richtig Hunger in Minecraft PI gibt. So richtig Hunger. Also mit so einer Hungerbar. Nicht, dass es nur die Herzen auffüllt, sondern richtig. Wir halten mit Hunger. Jetzt ist eine gewachsen. Ähm. Wird auf jeden Fall auch geil. So, ähm. 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 Komm, wir ernten das jetzt einfach mal. Machen wir mal YOLO. Äh. Machen wir das auf die altmodische oder neuer Art? Wir machen das auf die altmodische. Nicht auf die neue. Ich hab keine Lust dazu. So. Wir werden jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Aber es geht. Warum hast du überhaupt mit dem Schwert? Da geht es schon ein Schwert kaputt. Hm. So. 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 Bei der neuen Methode hätten wir das nämlich alles nochmal anpflanzen müssen. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Obwohl, es ist eigentlich ganz gut hier schon geworden. Da ist ein Schade weg. Hm. Okay, doch. So, okay. Dann das hier noch. Das können wir mal auf die neumodische Methode machen. Obwohl, nein. Hm. 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 Dann wird es schwierig. Machen wir das jetzt einfach hier mal so. Ach, das muss ich gar nicht machen. Die sollen ja weg hier. So. So. Und so. Achso, jetzt bleiben die hier stehen. Okay, das war sehr doof von mir. Hm. Nein. Nein. Ich hab schon gedacht, ich wollte da jetzt rein. Ich wollte da nicht reinfallen. Und so. Und hier auch nochmal zumachen. So. So. Und so. Perfekt. Ach komm Jolo, wir machen das jetzt hier auch noch weg. Ne, das geht nicht weg. Obwohl, komm. Egal, jetzt alles weg einfach. Blah. Alles zwei Stücke. Ich kann hier weg. So. Gut. Und 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 und. Jetzt wieder freilassen das Wasser. Fließe Wasser. So. Dann, 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 dann. Und hier ist eigentlich nichts mehr. Einsammeln erstmal und dann nochmal bepflanzen. Und das ist doof, ist die Folge schon fast wieder vorbei. Wir haben noch gar nicht dort weitergearbeitet, wo wir eigentlich arbeiten wollten. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, aber ich wollte eigentlich mal Zuckerrohr haben, damit wir uns noch ein paar mehr Bücherregale machen können für unser Haus. Für unsere, unser, 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 wie hatte ich es genannt? Ich habe es schon mal vergessen. Bergpalast, genau. Bergpalast, für unseren Bergpalast da drüben. Wobei es eher nicht so ein Palast wird, sondern einfach nur ein normales Berghaus. Aber ich wollte halt mal versuchen, so ein kleines verzweigtes Berghaus zu machen. So ungefähr. Eigentlich Bergpalast, aber sieht nicht sehr majestätisch aus. Also, ja, wird schon irgendwie werden. Mal sehen. So, dafür kommt das Let's Play jetzt, denke ich, am Sonntag. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich lasse ja vor auf. Also, ich nehme das ja gerade vor auf und lade es dann später hoch. Da bin ich mir eben noch nicht so sicher, wie ich das mache. Also, entweder, weil ich hatte ja heute eigentlich, also heute ist Samstag gerade und ich hatte heute, also am Samstag, eigentlich das Display für Donnerstag hochgeladen, weil es am Donnerstag ja auch nicht funktioniert hatte. Und, ja, jetzt, 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 oh, haben hier viele Melonen, Alter. Ähm, jetzt wusste ich eben nicht, äh, wie ich das machen soll. Ob ich, jetzt habe ich das am Samstag hochgeladen, also das für Donnerstag und jetzt weiß ich nicht, ob ich am Samstag, also heute, äh, nochmal, noch eins hochladen soll, was dann eigentlich für Samstag wäre, oder ob ich das dann am Sonntag hochladen soll, das für Samstag. verwirrend, ich weiß, aber, aber ich hoffe, ihr habt es halt mal verstanden. So, Kakteen, das wäre auch mal, aber die bringen uns jetzt eh nichts. Ein Papierkorb wollte ich noch bauen, das, das wollten wir noch machen. Das wollten wir schon ewig mal machen. Ja, okay, 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 dann, dann werde ich mich erst mal verabschieden, oder? Wir machen jetzt noch, können wir machen jetzt noch ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell, Bücher, 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 so, hier dürfte das sein, genau, ganz, viel Papier, paper, papier, so, jetzt ganz viele Bücher, zum Glück braucht man dafür ja kein Leder, weil das beim PC-Minecraft der es so ist, wenn ich mich nicht täusche. So, komm, da, 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 so. Und, 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 ach so. Jetzt hab ich ganz vergessen. Ja, okay, das ist ein bisschen doof. Ich nehm ja jetzt grad auf und am Montag kommt eigentlich die neue MCP-Version raus. Nämlich 0.7.4, aber wenn ich voraufnehme, kann ich die nicht benutzen. Okay, das ist ein bisschen doof, aber ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt noch in der alten Version spielen. Ich hoffe es einfach mal. Ich hab schon wieder Zombies gehört, man. Wir brauchen Holz, Mann. Okay, jetzt machen wir in der nächsten Folge. Nächsten Folge. Ich bin ein bisschen doof. Moment, das können wir schnell mitnehmen, alles hier. So, pass mal ein Bett rein. Komm, ein Bett. Ein einziges Bett. Komm. Da. Nein, nicht da, sondern da. Da tun wir jetzt mal ganz schnell die Zapplinge rein. Und dann können wir das hier auch mitnehmen. So. Obwohl, Zapplinge können wir eigentlich gebrauchen. Wir nehmen mal Essen mit. Äh, weg. Legen Essen mal weg. So rum. So. Ein paar Melonen. Komm, wir haben ja noch keine Melonen drin. Voll krass. Schlimm ist das eigentlich schlimm. Ähm, okay. Melonen sind weg. Oh, ich hab die ganze Zeit Zombies. Äh, Zombies. Wie kann man nochmal so, dann... Äh... Was brauchen wir... Wie viel brauchen wir noch für Papier? Okay, reicht nicht aus. Gut. Ähm, dann danke fürs Zusehen. Und wir können mal wieder den alten Spruch machen, den wir in den letzten Let's Plays mal immer schon gesagt haben. Äh, in den letzten... In den Anfangs-Let's Plays. In den allerersten. Ähm, mit 9502 und dem VIP und so weiter. Dadurch hatten wir immer den Spruch benutzt Lack. Und jetzt schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das heißt. Genau jetzt. Aber das doof ist plötzlich verratzt. Seht gleich, nämlich liken, abonnieren, kommentieren. Äh, so liken, abonnieren, kommentieren. Äh, das ist unser Motto. Und dann tschüss bis zum nächsten Let's Plays. Uuuuuh. Uuuuuh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017